Musik Ich freue mich auf ein sehr lebendiges Gespräch mit meinen Gästen hier, die ich Ihnen kurz vorstellen will. Der Kontingen-Jeport. Dieter Farrack, wir haben hier schon eine Lebens, Musiker und Reponizent. Neben ihm Matthias Kröger aus Freckede, jemanden veriteter Professor in der griechischen Theologie an der Universität Hamburg. Manikina aus Baden-Sohn, Juristik, Direktorin bei der Deutschen Bank im Bereich gesellschaftliche Verantwortung und Mitglied des Rats der EKD. Zu meiner Linken Hans-Michel Heinrich aus Göttingen, Universitätsbeauftragte für Öffentliches Recht, insbesondere Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Uni Göttingen und gleichzeitig sei der Leiter des kirchenrechtlichen Instituts der EKD. Dann haben wir Niklas Reyns, er ist Bischof, der an die Kernschüche, Prof. Kreuden, Großbritannien. Herzlich Willkommen. Und das sind die Gäste in unserem Foto. Herzlich Willkommen aber auch in unserem Anrechten des Publikums. Sie sitzen hier an der Seite, Dr. Matthias Nagel und Christoph Urban. Die beiden sammeln jetzt während der Diskussion die Fragen aus dem Publikum, also sprich Ihre Fragen ein. Hier gibt es Helfer für Saal, die Ihnen auch Zettel und Stücke auch austeilen. Und die sammeln dann die Fragen wieder ein, die Sie hier draufgeschrieben haben. Reiten Sie auch unsere Anrechte des Publikums weiter und die bringen wieder in die Diskussion ein. Da der Impuls sinnvoll war, würde ich sagen, alle Gemeinden und Landeskirchen haben die Möglichkeit, sich dazu zu verhalten. Das Problem sehe ich an einer anderen Stelle. Ich schätze es außerordentlich, dass die evangelische Kirche unter dem Spardruck und der Finanzeinbrüche nicht zu dem Weg greift, der sonst in der Beschütung wird, in die Schulden zu machen. Dass die Kirchen keine Schulden machen und eine ungeheure Last der inneren Umstrukturierung auf sich nehmen, und das bindet alle Kräfte, das ist sehr ehrenwert, hat dabei eine fatale Konsequenz. Dass Sie in dem Moment, wo wir noch mehr als bisher merken, dass der rote Faden des Verständnisses von dem, was die Kirche verkündigt, und die Pointe der Kirche ist nicht ihre soziale Attentlichkeit, sondern der Glauben und ihre Verkündigung. Und wo der Faden dazu abreißt. In einer Situation in der Faden, gerade auch dadurch, dass wir die DDR wiederbekommen haben, es ist ja ein wunderbarer, Gott geschenkter Prozess, wird die Frage, wie reden wir und wie denken wir, theologisch und religiös, immer wichtiger. Und dafür ist nicht die leiseste Zeit und die leiseste Kraft vorhanden. Bitte sind zu erinnern, dass ungefähr 5 bis 8 Prozent unserer Kirchenmitglieder im gemeindlichen Leben zugehören. Die anderen nennt man mit einer Fachsprache die Distanzierten. Und das, was in der Kirche gedacht und geregelt wird, ist schlechterdings für einen normalen Menschen, der von außerhalb der Kirche kommt, nicht mehr verständlich. Deswegen hat der Herr vorhin mit der Musik sehr zu Recht gesagt, Kulturschock, wenn man die Kirche betritt. Es gibt auch einen Religionsschock. Ich zitiere mal einen Satz, der mir neulich von einem Pastor gesagt worden ist. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns in den Zoo der religiösen Gefühle von Menschen einzulassen, sondern die Offenbarung Jesu Christi zu verkündigen. Überleg Sie mal, wie sich Menschen, die mit ihren religiösen Gedanken und Empfehlungen auf der Suchbewegung sind und möglicherweise der Kircherat Ernährung ihrer Seele in Psalmen und Korrellen suchen, wie die sich aufgenommen fühlen, wenn sie als der Zoo der religiösen Gefühle, die den Pastorix angeht, verstanden und aufgenommen sind. Was heißt abgelehnt sind? Es ist eine solche Verfremdung der Kirchensprache und wenn es eine Reform gibt, dann muss man sagen, es wird Zeit, dass sich die kirchliche Sprache und das kirchliche Denken im Herzen des Glaubens selbst öffnet und umgestaltet und reformiert. Die kirchliche Sprache hat über Jahrhunderte immerzu Veränderungen erlebt und sie ist heute überfällig. Man kann doch nicht so tun, als wenn man Leuten auf ihrem religiösen Wege gehen lässt oder einlädt und dann hofft, sie werden bei der Sprache der Confessio Augustana oder sonst wo. Was die EKD im Moment macht, heißt, das konfessionelle Profil stärken. Was aber religiös in Menschen vor sich geht und das wir in einer multireligiösen Gesellschaft leben, wo wahrhaftig nicht nur die Christen über den Weg zu Gott verfügen, das kommt dem kirchlichen Denken überhaupt nicht vor. Das ist eine, kann man nur sagen, habt ihr alle Tassen im Schrank. Es ist fällig, dass ein Ruck passiert an dieser Stelle. Dieter Palk, Sie. Dieter Palk, Sie. Dieter Palk, Sie sind Christ. Fühlen Sie sich eigentlich angesprochen von den Angeboten, die durch die Kirche in die Kirche kommen? Die Angebote meiner Kirche, die ich da angesprochen fühle? Ja, wir haben das Glück, einen guten Pastor zu haben. Mein Frieder Palk, der gerade über Kasch gespielt hat, ist letztes Jahr konfirmiert worden. Was ich nur jammerschade finde, also wirklich eine schöne, kleine, schnuppelige Kirchengemeinde, wie man sich so in einem Träumen manchmal vorstellt. Was ich ganz schade finde und da kommt jetzt das, was Sie gesagt haben, was wir brauchen, Impulse und vielleicht eine andere Sprache. Die 30 Konfis, von denen sind gerade noch zwei in der initiierten Jugendgruppe gelandet. Anfangs waren es 15, es wurden immer weniger, am Schluss waren es noch zwei. Obwohl der Pastor wirklich, wie soll ich sagen, popaffin ist, obwohl er eine tolle Sprache hat, auch eine gute Verkündigung. Junger Typ auch noch. Ja, also eigentlich passt doch alles. Warum nichts? Und ich glaube, ein bisschen, das wäre so mein Priority, ein bisschen an die Leute wie ihr und wie ich, an die, die auch Kinder oder Enkel haben, die im Konfi sind. Das ist ja der erste Berührungspunkt, Konfirmation. Und ja, drauf, aber ich meine, dass man schon ein bisschen nachdenkt hat, nämlich die Konfirmation. Dass wir als Eltern, und das sind ja auch viele Eltern, die zum ersten Mal, die dann seit langer Zeit in die Kirche gegangen sind, beim Konfi, bei der Konfirmation, ein bisschen helfen, dass die Jugendlichen da eingeladen werden, auch sie ein bisschen dahin komplementieren. Nett und wöflich, damit dieser Gemeinschaftsgedanke weitergelebt wird. Und dann mit einer Sprache, einer anderen Zeit, diese Jugendlichen da bleiben. Das kommt missig so ein bisschen, und es ist so jammerschade, dass wirklich die Jugendarbeit daran krankt, dass die Leute nicht krank bleiben, nicht im Ball bleiben. Das ist aber an unsere eigene Kappe als Eltern angesprochen. Das heißt, dass die Eltern auch selbst Bezug haben zu den Gemeinden, dass sie selbst Bezug zu Christen haben. Sehen Sie diesen Bezug gegeben? Funktioniert das in den Gemeinden ganz gut? Funktioniert es dann auch so, wie Herr Freyck das gerade gesagt hat? Wenn die Eltern ein bisschen helfen, dann führt doch auch die Konfirmation dabei an. Die Kirche der Freiheit ist ja entstanden, weil es einen Führung von Traditionsabbruch in volkskirchischen Strukturen gibt. Man geht nicht mehr automatisch in den Jugendkreis. Als ich konfirmiert wurde, war das für mich noch irgendwie völlig klar. Und meine Mutter hätte darüber auch nicht wahnsinnig lange mit mir diskutiert, sondern hätte irgendwie alles daran gesetzt, dass ich dahin, wo ich bin, da hingegangen und habe wesentlichen Prägungen herausgenommen. Das kann man heute nicht mehr voraussetzen. Und das ist genau der Ansatzpunkt von Kirche der Freiheit. Es ist nämlich ein freiheitliches Momentum, was auch die Rolle von Kirche und Gemeinde und auch der Pastoren völlig verändert. Die Dame, die das Tauchfest in Lockung organisiert hat, sie hat gesagt, wir haben ein Angebot gemacht und wir sind auf die Menschen zugegangen. Wir können als Kirche heute nicht mehr erwarten, dass die Menschen automatisch zu den Pfarrern kommen. Sie kennen sie nicht. Ich wohne in einer Gemeinde, die sich alle acht Jahre statistisch gesehen komplett umschlägt. Eine Randgemeinde von Frankfurt. Dort ziehen ein Viertel aller Gemeindemitglieder weg in den Jahren. Und die Menschen, die ich persönlich irgendwo kennenlerne, die sagen, ach, ich habe aus einer Gemeinde noch nie was gehört. Das ist ja interessant. Habt ihr einen guten Pfarrer? Dann würde ich auch mal hingehen. Also man muss anders bauen und das war genau der Punkt, dass man die sozialen Veränderungen in dieser Gesellschaft, die kommunikativen Änderungen, die Menschen kommunizieren heute anders miteinander als noch in einer Dorfgemeinde vielleicht vor 50 oder 30 Jahren. Dass man die wahrnimmt und sagt, jetzt kommen wir an, unsere Kirche daraufhin anders aufzukommen. Und meine Kirchentanzerfahrung, acht Jahre habe ich mitgestalten dürfen, hat mir gezeigt, wie viel Kraft in dieser Kirche ist. Und das habe ich nicht immer gemacht in meiner Gemeinde im Kirchenvorstand, wo kann sie? Und auch nachher im Rat der Ecceti, wo ist diese geballte Kraft, diese neue Sprache, die neue Musik, wo kommt sie wirklich auch so zum Tragen, dass die Menschen sie auch spüren? Und dann im Kurs.